Ich bin in Pilgerin des Ländlandes Maria aus Süden. Ich glaube, es ist richtig, Maria. Ich will dir ein bisschen länger leben. Wir haben uns ein Haar gemacht und wir sind noch, ich und meine Schwester, mit dem Bogen und einer Kalbe, da war ein bisschen Zeit. Im Bogen und sie und da oben den Plongen richten und da. Und hier waren die Wirten, dass man das Füder wollte. Nachher erwartet es, meine Taten, nach unten und wollen, dass sie unter das Füder kämen. Nachher, im Winter, sind sie von der Walde mit dem Schlittenholz gekommen und die Jungen müssen bei den Kalben oben gehen, das kann bochen. Also, sie können die Schlitten auch erziehen. Und nur so, wie sie sagen. Nachher weiß ich, wenn man wollten, Streben reichen, weil die Kühe unterzustreben. Streben reichen. Nachher hat der Förestal gesagt, man will die Rastrelli, die Ferro. Nein, die uns untermarschgut, weil wir nur gewirken, dass sie den Mord da packen. Nachher, wo seid ihr hier in Norbert? Wenn wir gerne Holz machen, aber wenn wir uns ein Lotto geben, ein Paar per Person, per per Mensch. Und was? Dann ist nur der Bickel geblieben und der Echte. Der Echte soll ich und meine Schwester machen. Was hat ihr hier gemacht, wenn meine Eltern hat. Dann wohnt, der Ganto ist, wo sie hier zudrungen tun. Dann ist ein weich, wenn er verweicht, dann haben sie noch ein Hohr gesagt, weil er sich am Bogen gestellt hat. Dann haben sie den Hohr genommen, dann kommt es mit. Und dann hat sich mein Papa auch noch ein Aíacher gebraten, aber wahrscheinlich egal, dass sie uns schneitenswert sind. Der Böker hat auf jeden Fall ein bisschen Kälter. Dann kommt und dann ist er so auf den linken. Er hat sich die Böker rum, wenn sie Lindsey so gehen und meine Eltern auf diese Oisen laufen. Oder sie können sie sich nur reichen. Auch die Föcke? Ja, die Föcke. Die Feckstelle, und trauern sie den Flecken ja so getunen. Und die verstehen mir dann, wie wollen sie so gewinnen wie sie, weil ich noch ein, zwei, drei ältere Weiber gewesen bin. Und wir und sie geben den Hort, sie teilen den Weibel an und sie uns draufgetunen sie eben erst. Und wenn ein anderer einlehnlicher vorbei ist, dann sind sie nicht mehr gezogen. Osche? Ja. Aber man geht nur mit Kälter, einem großen Kessel, wenn man ins Wasser geht und platziert. Dann ist es auch wie eine Wegele gewinnt, mit der Grabe oder Kugela. Jetzt haben wir auch Pernantelo getrunken, dann blohen und Osche. Das heiße Wasser raus, dann ist es auch wie die Saafi, auch wie die in der Tarsie gehalten. Und wir in die Wanne getrunken, wo wir noch haben, wo wir im Zappen haben, weißt du, wo sie die... Ilze noch. Dann haben wir unsere Plänerin getrunken, mit Kesseln raus. Und heißes Wasser raus, und einen anderen Tag wieder nach oben. Und dann ist es schnell weiß worden. Aber da schau, wir getrunken, wie die Varetina, die oberste Ämmermüll. Das war schon, das ist ein Gerät, das ist ein Gerät, das ist ein Gerät. Also, uns war auch ein Gerät. Wenn du keinen Tag hin, sage dir eine Blut, der ist mir noch betrunken. Meine Mama ist gestrichet. Wenn du bist schau, du sage dir. Was hat hier in Gortegoten? Noch habe ich es geriert. Es wäre ein kleines Äpfel. Es ist unter der Stücke. Äpfel haben wir, wie gesagt, Gerätschenäpfel, gesautenäpfel, gesautenäpfel, gesautenäpfel. Und, und, du musst sporen, das ganze Jahr, nicht daheim, dass man alle Tage geht, schneiden. Maria, was tust du denn, du erzählst? Ja, aber den Loden, der Loden ist geriert. Weisst du, hey, bei dir zwei, bitte, sag doch so einen Raum, weisst? Und, du huckst, nieder, juter, du kannst immer, ah, Halleluja, vom Heimler. Aber wir haben die gewechselten Wörter. Ich habe Proschutella gesucht, und der Mordadella ist, Proschutella, Trottemord, Mordadella, und das ist weitergegangen. Jetzt habe ich bei kein Rappenz von meinem Freund. Natürlich, ich tue mir mal, oh, Gesteck von der Leif, wir sind geschnitten. Danke schön an Marie.